Manu, wer ist das? Und das? Und das? Jetzt staunen Sie weg. Machen Sie mal den Mund zu, sonst kommt Fliegen rein. Na also. Kind, du brauchst nicht weinen, du hast ja einen, und wer bin ich? Brauchst du einen ganz schnell, dann ruf nach Hand schnell, denn wer bin ich? Du! Papa, schreibe zu dem Amerikaner rüber, los! Ich werde das Mädchen sofort beobachten. Nun mal langsam, langsam, Sie, das Mädel gehört mir ab. Wieso? Na, ich hab sie doch gefischt. Aber jetzt gehört das Mädchen dienstlich der weiblichen Kriminalpolizei, und das bin ich. Ach, Sie sind weiblich? Haha, ist mir noch gar nicht angefallen. Und dann feiern Sie Wiedersehen mit einer bezaubernden Frau, die immer wieder mit ihrem Charme und ihrer Stimme die Welt begeistert. Alle Fenster auf, alle Türen auf. Es gibt keine Hindernisse, wenn sie sinkt. Die Frau? Mein Mann ist sehr krank. Wir wollen noch heute Nacht in den See. Wie kommen Sie, Frau? Südamerika. Jawohl, Herr Kommissar, im Hotel Splendid. Ich bitte Sie, kommen Sie sofort hierher. Du willst ja gar nicht bauen. Was ist denn los? Tudel, kein Wort. Gehen Sie raus, oder? Ich schrei. Du wirst jetzt gar nicht schreien. Tudel, du wirst tun, was ich dir sage. Lassen Sie mich die Ruh. Ich muss jetzt aufdrehen. Mädel, was ich tue, tue ich doch nur für dich. Merkst du denn gar nicht, dass du hier ein Hemd von ganz gemeinen Gärnern bist? Wollen wir das? Die Fahrt hast du dir wohl anders gedacht, was? Niemand kann ich sagen. Ein Feuerwerk brillanter Einfälle. Ein Film voll dramatischer Spannung, Humor und Musik. Ein richtiger Albers-Film. ? ... ... Untertitelung des ZDF, 2020